servus mit freiwilliger ich hoffe ihr hattet eine ruhige und besinnliche weihnachtszeit ihr habt euch reichlich beschenken lassen und zeit hoffentlich schön gesund und ihr könnt es noch hoffentlich bis ins neue jahr ein bisschen die zeit ausklingen lassen und müsst nicht arbeiten ja das hoffe ich euch das habe ich wirklich von herzen und wünsche ich euch dass ihr es noch bis jahresende bisschen chillen könnt und im heutigen video möchte ich im schnelldurchlauf den scheinkampf abarbeiten wir haben ja den scheinkampf bis level 29 bis scheinkampf 29 29 wie man das auch immer nennen will haben wir zur verfügung und ich habe jede einzelne stage einfach mal kurz und knapp durchgespielt das heißt wir jetzt stage 1 bis 29 hindern durchgeklatscht und ja wenn ihr irgendwie was braucht dann könnt ihr immer zurückspulen auf pause drücken wie auch immer ich habe dazwischen nicht so viel pause gelassen und habe da auch kein commentary draus gemacht denn wenn ich das gemacht hätte wäre das durchaus ein langes video geworden und das wollte ich ruckzuck hintereinander weg machen in einem flutsch sozusagen und ja dass ihr da nicht da zu lange an einem video hängen müsst deswegen gibt es stage 1 bis 29 in einem ruck und wie gesagt das sind alles quasi die level in drei sterne abgeschlossen und wenn es dir doch zu schnell gehen sollte oder so dann kannst du immer wieder zurück spulen und gucken welche skills ich wann eingesetzt hat und auf wen hoffe das ganze gefällt euch wenn ihr irgendwas braucht wenn ihr irgendeine frage habt oder so dann schreibt es gerne in die kommentare und wenn ihr irgendwie wunsch habt an videos was ihr gerne sehen wollt dann schreibt mir das ebenfalls in die kommentare und ich wünsche euch jetzt viel spaß beim zuschauen viel spaß beim nachkämpfen und dann wenn das video durch ist solltet ihr eigentlich alle 1 bis 29 im drei sterne modus abgeschlossen haben wenn ich das ganze gefällt ganz gerne like da lassen und falls du nicht getan hast und du bist dann abonniere den channel für mehr zum modus pro content und da würde ich sagen ja wir sehen wir uns im nächsten sommer zum video vielen dank fürs zusehen an erster stelle und wir sehen uns macht's gut leider und baut rein mit abonniere Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020